Welcome to Dance Mix. Excellent choice. Sit back, relax and listen. Dann hatten wir am letzten Freitag ja schon begonnen mit den langsamen Walzerachsen. Cut, cut, cut. Das Ganze geht jetzt auch nochmal in ultra langsam. Wir haben entweder einen Grundschritt oder drei Grundschritte. Start, erstes Mal, damit dreht. Unterm Arm, das ist falsch. Wir machen das jetzt nochmal ganz, ganz langsam. Das könnt ihr jetzt mal zu Hause probieren. Nein, wir zeigen euch das Ganze jetzt dann noch einmal mit Musik. Entschuldigung. Und das? 7, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, das neue Kopf. Dies ist ein Lauftest. Ob ich überall, wo ich laufe, auf dem Bild bin. Zwei Etappen beim Fuß, zwei bei den Armen. Das Ganze auf 5, 6, 7, 8, 1, und 2, und 3, und 4. Falsche Z. Wir probieren es mal. Sie dreht dieses Mal links herum und geht Wechselschritt, dann wieder drei Schritte nach links. Genau. Aber es ist auch ein Ding. So, jetzt kommen wir zu den neuen Schritten. Die Wiederholung haben wir ja gerade abgeschlossen und jetzt kommen... 7, 8. Dann öffnen wir mit 1, 2, 3, 4. Scheiße. Und drücken zusammen auf 7, 8. Heute ist kein guter Tag zum Filmen. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, und 4. 5, 6, 7, 8. Mach selbst falsch. Nochmal. So, hallo, lieber Bronze-Kurs. Wir machen mit euch heute eine tolle Figur im Tango. Leider seid ihr aber schon Silber. Der Silber-Kurs, Freitag. Ich bin hier. Mein Freitag, Silber-Kurs. Ich dachte, wir sind in Altdorf, oder? Nein, wir sind jetzt in Lundberg. Klasse. Hallo! Wo geht's du? Ich möchte bitte eine Frau haben, die einfach nur den Mund fällt. Nein, hast du nicht. Hallo! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5. Ich glaube, das stimmt nicht. Ich bin mir nicht sicher. Ach, scheiße. Ihr könnt das Ganze natürlich immer wieder vorwärts, rückwärts laufen lassen. Das ist der tolle Vorteil. Und dürft in eurer Geschwindigkeit diese tolle Figur dementsprechend dann auch lernen. Wir sagen Dankeschön. Und jetzt kommt Nathalie. Und jetzt kommt Nathalie. Ich will nicht mit uns arbeiten. Und deshalb wird das Ganze dann schon wieder relativ kompliziert. Und wir werden es ein bisschen kleiner tanzen müssen, weil der Ausschnitt eigentlich nicht wirklich reicht, wenn wir das Full-Out tanzen würden. Sonst tanzen wir wieder aus dem Bild wie im Tango vorhin. Wir starten mit einer... Wir sind jetzt schon wieder zu sehen. Wir starten mit einer... Du machst es gleich nochmal mit Fussi. Ich zähle noch einmal mit. Füße auf. Arme und der Kopf hier auf ein. Ein kleines Highlight. Wir tanzen sie jetzt einmal noch mit Shapes, nur damit ihr was zu sehen habt. Mit Shapewechsel in dem Teil drin. Und eins, zwei, drei. Eins und zwei, drei. Und... Und jetzt bin ich jetzt mal zu sehen. Vielen Dank.